BR 2018 Checker Julian, Checker Julian! Leute, schaut mal, ich bin hier bei der Polizei. Das ist Manu, Manu ist Hauptmeister. Schaut mal, was der für einen coolen Kollegen hat. Hallo. Das ist Tiger, Tiger ist Polizeihund. Was der drauf hat, das check ich heute. Heute geht's um die Polizei. In Deutschland gibt es über 250.000 Polizisten. Sie sorgen für Sicherheit und Ordnung. D.h., sie kontrollieren, ob sich jeder an die Regeln hält. In Notfällen, also z.B. bei einem Unfall, sind die Polizeibeamten meistens die Ersten vor Ort. Außerdem regeln sie den Straßenverkehr und sie verfolgen und verhaften Straftäter. Ich check heute, welche Polizeieinheiten es gibt und welche Aufgaben sie haben. Dafür fahr ich bei einer Streife mit. Und ich trainiere mit Polizeihund Tiger. Den kennt ihr ja schon von vorhin. Und ich schau mir an, was Polizisten alles so drauf haben müssen, wenn es ernst wird. Also, Achtung, Achtung! Hier kommt der Polizeicheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Das check ich für euch. Als Erstes treffe ich die beiden hier, Kathi und Bernhard. Die sind Streifenpolizisten in Fürstenfeldbruck bei München. Und was die machen, klär ich auch in meiner ersten Checker-Frage. Was macht die Streifenpolizei? Hallo. Hallo, du bist Bernhard. Und das ist die Parti? Genau. Das ist meine Streifenpartnerin. Hallo, Julian. Kathi. Jetzt hast du gerade Streifenpartnerin gesagt, aber deine Partnerin hat gar keine Streifen. Ich hab ja auch keine. Eine Streife ist einfach ein Team von Polizisten, was draußen auf Streife fährt. Was hat denn die Streifenpolizei für Aufgaben? Also, wir fahren raus und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben einen Einsatz, einen Unfall, einen Diebstahl. Dann fahren wir dahin, nehmen das auf, schauen, wie man helfen kann. Oder, wenn wir gerade keinen Auftrag haben, fahren wir draußen rum, schauen, ob sich jeder die Regeln hält, ob Fahrradfahrer richtig fahren, ob keiner beim Autofahren ans Handy geht. Das heißt, ihr sorgt für Sicherheit, wenn ihr einen Dieb fangen müsst und für Ordnung im Straßenverkehr. Genau, schauen, dass alles funktioniert. Was ist mit den Sternen? Du hast vier Sterne und drei Sterne. Bist du dann der Chef von ihr? Wichtig, der Streifenführer. Ah, der Streifenführer. Je länger man gearbeitet hat, desto mehr Sterne bekommt man. Aber du hast eine blaue Uniform und deine ist grün. Warum ist das so? Weil in Bayern gerade umgestellt wird von der grünen auf die blaue Uniform. Ich habe jetzt schon die neue, die Kathi trägt noch das alte Modell. Wird aber in Kürze dann auch die blaue bekommen. Leute, jetzt geht's los. Kathi und Bernhard machen sich für die Streife bereit. Und ich darf mitfahren. Jetzt geht's los auf Streife. Hast du dich angeschnallt? Ja, ich bin angeschnallt. Wunderbar. Dann fahren wir. Das heißt, jetzt warten wir, bis ein Funkspruch reinkommt oder ihr was auf der Straße seht? Ja, genau. Wir fahren jetzt rum und können darauf achten, wie die Autofahrer sind, ob sich jeder richtig verhält. Auf so was achten wir dann. Und was ist dann der häufigste Fall? Das meiste sind Verkehrsunfälle. Oder einen Ladendiebstahl, dass jemand im Laden mal was klaut. Bist du dann schon mal ein Dieb hinterhergelaufen? Hast du ihn auch richtig gefasst? Kommt schon öfter mal vor, ja. Je nachdem, wie schnell man rennen kann und wie schnell der Dieb rennen kann. Die Polizei erreicht man in Deutschland immer unter der Telefonnummer 1 1 0. Ich merke mir die ja immer mit einer Eselsbrücke. Zwei Hühnerbeine und ein Ei. Das ist die Nummer von der Polizei. Gut, oder? Aber in welchem Fall soll man denn jetzt eigentlich die 1 1 0 wählen? Zum Beispiel, wenn ein Unfall passiert ist. Oder zum Beispiel, wenn ihr jemanden beobachtet, der was Verbotenes macht. Zum Beispiel, wenn ein Dieb versucht, ein Auto zu knacken. Bei so was solltet ihr auf keinen Fall selbst eingreifen. Der Dieb könnte aggressiv sein oder hat im schlimmsten Fall vielleicht sogar eine Waffe. Am besten einfach die Polizei rufen. Wenn ihr dann die 1 1 0 wählt, dann kommt ihr bei einer Einsatzzentrale raus. Davon gibt es in Deutschland ungefähr 100 Stück. Bei so einem Notruf ist es total wichtig, dass ihr ein paar einfache Regeln befolgt. Dann kann die Polizei einfach am schnellsten reagieren. Nachdem man alle Informationen durchgegeben hat, unbedingt noch am Telefon bleiben. Die Polizei könnte noch Fragen haben. Die Einsatzzentrale leitet den Notruf dann über Funk an alle Streifenwagen weiter, die im Gebiet des Tatorts sind. Der Streifenwagen, der am nächsten dran ist, gibt der Zentrale dann Bescheid und fährt zum Tatort. Halt, Stopp, Polizei! In Großstädten wie München dauert es im Schnitt nur 3-4 Minuten, bis so ein Streifenwagen vor Ort ist. Ganz schön schnell, oder? Leute, wir sind nicht auf dem richtigen Einsatz, aber können wir trotzdem mal mit Martinshorn fahren und Blaulicht. Wenn hier gerade niemand ist und die Straße frei ist, dann können wir es gerne mal für dich machen, ausnahmsweise. Jawoll, tatü, tata! Polizisten fahren nur in Notfällen mit Blaulicht und Sirene. Dann dürfen sie sogar über rote Ampeln fahren und haben das sogenannte Wegerecht. Das heißt, andere Autofahrer müssen ausweichen und den Weg für die Polizei freimachen. Auch Feuerwehr und Krankenwagen fahren im Notfall mit Blaulicht. Blau ist das Licht deshalb, weil die Farbe sonst im Straßenverkehr nicht vorkommt. Da gibt es nur die Farben, die auf Ampeln zu sehen sind. Rot, Gelb oder Grün. Blau fährt deshalb besonders auf. Und jeder weiß gleich, Achtung, Platz machen! Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs, aber irgendwie scheint heute ein ruhiger Tag zu sein. Jetzt passiert ja gar nichts. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich bei einem Einsatz dabei sein kann. Aber da kann man nichts machen, ne? Nein, wenn gerade kein Einsatz ist, dann kann man nichts machen. Aber wir können ja auch mal dich auf dem Fahrrad setzen und schauen, ob du dich an die Regeln hältst. Echt? Ja, da passiert ja auch nichts. Ich bin nämlich perfekt auf dem Fahrrad. Das können wir ja mal testen. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad unterwegs, da hinten sind Bernhard und Kathi. Die sind jetzt zu Fuß auf Streife. Und schauen mal, ob ich jetzt alles richtig mache mit dem Fahrrad. Was ich natürlich mache. Also, los geht's. Hey, du, ich kann gerade nicht. Ich ruf dich zurück, Tau. Stopp, 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 Julian. Was denn? Ich hab doch alles richtig gemacht. Ja, und? Ans Handy bist du nicht gerade gegangen, ha? Doch, ich bin ja nur ganz kurz reingegangen. Ich hab's ja eigentlich gleich wieder eingesteckt. Du hast es in der Hand gehabt, du hast telefoniert. Somit bist du total abgelenkt. Außerdem hab ich bei meiner Fahrradtour den Helm vergessen. Und ein Licht hab ich auch nicht. Das muss man nämlich auch tagsüber immer dabei haben. Tja, und eine Klinge fehlt auch. Ich würd sagen, Test nicht bestanden. Bei einer echten Fahrradkontrolle wär ich mit einer Geldbuße davongekommen. Kathi und Bernhard zeigen mir jetzt aber, was mit richtigen Straftätern passiert. Zum Beispiel Einbrechern. Die werden in diesem Raum erkennungsdienstlich behandelt. D.h., dass die Polizei wichtige Kennzeichen des Tatverdächtigen speichert. Als Erstes werden Fingerabdrücke genommen. Die sind bei jedem Menschen einzigartig und deshalb ein super Wiedererkennungsmerkmal. Findet die Polizei am Tatort Fingerabdrücke, gleicht sie die mit den Abdrücken des Beschuldigten ab und hat so schon mal ein Beweismittel. Jetzt misst Kathi noch, wie groß ich bin. Mein Gewicht will sie auch wissen. Und dann kommen noch Fotos. Und für die hab ich mir was ausgedacht. Achtung. Wie ein Verbrecher. Also ich würde den verhaften. Jetzt sind alle Kennzeichen gesammelt. Falls der Tatverdächtige noch einmal was anstellen sollte, kann die Polizei in ihrer Datenbank nachsehen und weiß sofort, um welche Person es sich handelt. Sobald die Polizisten alle Daten des Verdächtigen aufgenommen haben, geht's einen Stock tiefer in die Haftzelle. Das ist so eine Art Übergangsgefängnis in der Polizeistation. Hier bleibt der Verdächtige maximal zwei Tage drin. Ein Gericht entscheidet dann, ob er wieder freikommt oder in ein größeres Gefängnis verlegt werden muss. Jetzt muss ich mal testen, ob das hier auch bequem ist, in so einem Gefängnisbett. Oh, mein Bett ist viel weicher. Und das ist, glaube ich, der unbequemste Sessel, den ich je gesehen habe, wenn man das so nennen darf. Eine eigene Toilette gibt's auch, direkt neben dem Bett. Genau, man hat ja nur den einen Raum. Da muss dann alles untergebracht sein. So, jetzt will ich mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man in so einer Zelle eingesperrt ist. Hey, Leute, ich kann euch sagen, man will wirklich hier nicht angesperrt sein. Kann ich wieder rauskommen, Werner? Ausnahmsweise. Können wir mal nicht so sein. Das hat sich echt nicht gut angefühlt. Das glaube ich dir. Dafür ist es aber auch nicht gedacht. Aber dafür hat es mir mit euch umso mehr Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich bei euch auf Streifen sein durfte. Immer gerne. Danke, Karten. Danke, Werner. Keine Ursache, gerne. Streifenpolizisten sind bei einem Notfall meistens die Ersten vor Ort. Ist gerade kein Einsatz, sind sie auf Kontrollfahrten unterwegs. Gecheckt. Und jetzt erst mal eine Frage an euch. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Weiter geht's bei einer ganz besonderen Polizeieinheit. Bei der Münchner Hundestaffel. Hier werden Hunde etwa 1,5 Jahre ausgebildet. Polizeihunde schützen die Polizisten und helfen ihnen mit ihrer feinen Spürnase. Sie suchen nach Sprengstoff oder Rauschgift und können die Spur von vermissten Menschen aufnehmen. Bei der Hundestaffel in München treffe ich Polizeihund Tiger und seinen Führer Manu. Mit ihm kläre ich auch meine nächste Checkerfrage. Wie trainiert man einen Polizeihund? Hi, Manu. Hallo, Servus. Hallo, Tiger. Der macht alles, was du sagst, wie man sieht. Ja, wir üben, dass er alles macht. Meistens kriegen wir das auch sehr gut hin. Tiger muss immer dicht an Manus Seite bleiben, damit er schnell reagieren kann, wenn ein Kommando kommt. Wenn er da ist, soll er bei mir sein, das wäre Fuß. Fuß. Das heißt, der Hund muss an meinem Oberschenkel sein. Der schmied sich so richtig an dich an. Genau. Wenn ich losgehe, muss er da bleiben. Und mich weiter anschauen. Down. Weil er das toll gemacht hat, kriegt er irgendwann seine Belohnung. Seine Belohnung ist heute der Ball. Wie machst du das, dass er exakt das tut, was du ihm sagst? Es ist viel Arbeit, wir üben da viel dran. Du musst ihm das immer wieder schmackhaft machen. Du musst ihn belohnen dafür und sagen, hast du toll gemacht mit dem Spielen. Ich will, dass er das gerne macht. Wenn wir rausfahren, auf die Straßen arbeiten müssen, dann möchte ich, dass er gerne mit mir arbeitet. Kann man den auch streichen wie einen normalen Haustierhund? Ja, aber nicht im Dienst. Solange wir im Dienst sind, ist er quasi mein Partner. Der wird normal nicht gestreichelt. Was kann der noch so alles? Im Dienst nutze ich zum einen seine Stärke und seine Aggressivität. Dass er bellen kann, dass er jemanden erschrecken kann. Und dann üben wir mit dem Hund, dass er dir mal ins Bein beißt. Auf mein Kommando. Wenn ich sage, loslassen, soll er wieder loslassen. Schauen wir mal, ob er loslässt heute. Der beißt mich ins Bein? Na klar. Ich brauche jemanden, der mir heute hilft. Du bist der Einzige, der da ist. Du musst jetzt da mal mitmachen. Oh, oh. Das Beißtraining funktioniert natürlich nur mit einem dicken Schutzanzug. Ich bin jetzt richtig dick angezogen. Ich glaube, ich bin auch hoffentlich ganz gut geschützt. Ich habe hier noch zwei Handschuhe für dich. Handschuhe sehen aber anders aus, das sieht eher aus wie ein Abflussrohr. Ist ein Abflussrohr, muss man improvisieren. Es geht nur darum, dass er dich nicht an der Hand erwischt. Du bist geschützt und jetzt kann der Hund ein bisschen mit dir spielen. Der Tiger guckt richtig lieb. Der denkt, wir spielen jetzt. Es ist keine Aggression, er macht das nicht, weil er böse ist auf dich, sondern er macht das, weil du für ihn wie der gelbe Ball bist. Du bist jetzt der gelbe Ball, nur viel größer. Ja, nur ein supergroßer gelber Ball. Okay, Julian, bist du bereit? Ja, so bereit, wie man sein kann, wenn man vom Schärferhund gebissen wird. Da bin ich fast umgehauen. Okay, bleib mal mit stehen. Okay. Und dafür, dass der eigentlich kleiner ist als ich, hat der einfach viel mehr Kraft. Ohne den Anzug wäre ich komplett verloren. Hey, Manu, du hast ja echt einen guten Beschützer. Also, der lässt keinen an dich ran, oder? Nee, der passt immer auf auf mich. Das war echt richtig krass. Ich danke dir vielmals fürs Zeigen. Danke, Tiger. Und ich muss jetzt erst mal aus dem Anzug raus. Ich bin wieder umgezogen und gehe mit Manu zur nächsten Übung. Und die hat was mit Tigers Spürnase zu tun. Hunde können nämlich 50 Mal besser riechen als wir Menschen. Deswegen setzt die Polizei sie z.B. bei der Suche nach vermissten Menschen ein. Und wie Tiger das macht, zeigt Manu mir in diesem Lagerraum hier. Jetzt brauche ich nur noch ein richtig schweres Versteck. Und dann kann Tiger kommen. Von Manu bekommt er das Kommando. Such, flüstert er ihm ins Ohr. Jetzt weiß Tiger, dass er nach menschlichen Gerüchen schnüffeln soll. Wie ein Mensch riecht, hat er in seiner Ausbildung gelernt. Tiger hat mich gefunden. Für einen Polizeihund sind Einsätze wie ein Spiel. Mit viel Training und Belohnung lernt er die verschiedenen Kommandos. Gecheckt. Neben der Hundestaffel gibt's bei der Polizei noch ganz viele verschiedene andere Einheiten. Die Streifenpolizisten Kathi und Bernhard gehören z.B. zu der Schutzpolizei. Zu den Aufgaben der Schutzpolizei gehört u.a. der Streifendienst zu Fuß, mit dem Auto, Motorrad oder sogar zu Pferd. Sie tragen Uniform und sind im Notfall meistens die Ersten vor Ort. Neben der Schutzpolizei gibt's auch die Kriminalpolizei oder kurz Kripo. Kriminalpolizisten tragen keine Uniform. Sie kümmern sich um die Aufklärung von schweren Verbrechen, also z.B. Einbruch, Entführung und auch Mord. Für die Sicherheit auf Seen, Flüssen, an Küsten und Häfen ist die Wasserschutzpolizei zuständig. Die ermittelt bei Schiffsunfällen und kontrolliert den Warenverkehr auf dem Wasser. Dann gibt's noch die Bereitschaftspolizei. Was die macht, schau ich mir jetzt an. Die Bereitschaftspolizei heißt so, weil sie für besondere Fälle bereitsteht. Andere Einheiten, wie die Schutzpolizei, bitten die Bereitschaftspolizisten um Hilfe. Beispielsweise bei einem großen Fußballspiel. Dort sorgen sie dafür, dass alles kontrolliert abläuft und niemand in der Menschenmasse verloren geht. Und was diese spezielle Polizeieinheit alles so drauf hat, checke ich bei der Bereitschaftspolizei Eichstätt. Mit Kriminalhauptkommissar Josef. Hi Josef. Hallo Julian, grüß dich. Coole Uniform. Danke schön. Erklär mir mal, was muss man als Bereitschaftspolizist draufhaben? Die Basics. Als Erstes muss man ordentlich dastehen. Man steht stabil da, in Moderatorenhaltung. Moderatorenhaltung. Ich bin der Moderator, oder? Wir haben beide Hände oben. Kannst du dir schon vorstellen, warum wir die Hände oben haben? Ähm ... Weil ... Wenn du die beiden Arme unten ganz normal in legerer Haltung hättest, dann hättest du ein Problem, dass du so schnell hochkommst, dass du so schnell hochkommst, dass du so schnell hochkommst. Und wenn du die Hände oben hast, ganz einfach, dann geht's. Okay, das ist ja super. Ich glaube, ich stehe nur noch so da. Dann kann mich jeder, der mich angreifen will. Und es schaut nicht gefährlich aus. Es ist oft ganz wichtig und nützlich, dass Leute, die schon auf uns aggressiv kommen, zeigen, dass wir hier langsam, wir wollen euch nichts Böses. Bereitschaftspolizisten sind immer in einer größeren Gruppe unterwegs. Und wie sie sich für den Ernstfall vorbereiten, erfahre ich jetzt. Jetzt darf ich dir Christoph und Chrissy vorstellen. Hi, Chrissy. Hi, Christoph. Die sind in der Einsatzhundertschaft als Gruppenführer. Moment, das war doch auch eine Checkerfrage. Was ist eine Einsatzhundertschaft? Eine Einsatzhundertschaft ist eine Polizeieinheit mit etwa 100 Polizisten. Diese Einheit teilt sich in mehrere kleine Gruppen auf. Bei einer großen Veranstaltung behalten sie so gut den Überblick und können schnell reagieren, wenn etwas passiert. Jede Gruppe wird von einem Gruppenführer geleitet, der die Kommandos gibt. So können die Polizisten schnell für Ordnung sorgen und z.B. Streitigkeiten schlichten. Wie solche Kommandos lauten, erfahre ich von Gruppenführerin Chrissy. Es gibt schon verschiedene Kommandos. Wenn man sich irgendwo hinbewegt oder in einer Gruppe befindet. Was gibt's da so? Kommando Schildkröte, jetzt. Ja, hört sich gut an, ja. Z.B. Doppelreihe, dass sie zu zweit hintereinander hinterm Gruppenführer herlaufen. Ich will jetzt auch mal so ein Kommando bekommen. Dafür muss ich aber erst mal die passende Uniform anziehen. Naja, also ... Zumindest versuche ich's. Insgesamt wiegt die Uniform der Bereitschaftspolizisten über 20 Kilo. Ich hab jetzt total lang gebraucht, das alles anzuziehen. Wie schnell kannst du das alles anziehen? Ich denke mal, in zwei Minuten bin ich fertig. Dann kann ich in den Einsatz fahren. Zwei Minuten? Ich hab da eher so 20 gebraucht. Ich soll noch ein bisschen üben. Ja, echt? Okay, Christoph, jetzt bin ich in voller Montur. Jetzt will ich noch mal ein Kommando haben. Alles klar, Julian. Doppelreihe! Warte auf mich! Eine Einsatzhundertschaft ist eine Polizeieinheit mit etwa 100 Polizisten. Der Gruppenleiter gibt die Kommandos. Gecheckt! So, Leute, genug Sport gemacht. Jetzt bin ich mit Josef unterwegs zu einem Übungseinsatz. Die Bereitschaftspolizei bildet nämlich auch junge Polizeischüler aus. Und das hier sind die Auszubildenden Kati und Flo. Nach einer Einstellungsprüfung werden sie hier zweieinhalb Jahre lang zu Polizisten ausgebildet. Heute auf dem Stundenplan ein Übungseinsatz mit einem Autodiebstahl. Mal sehen, wie der Funkspruch gleich dazu lautet. Also, bitte mal in die Jägerstraße Sieben einsteht. Da hat ein besorgter Bürger angerufen, dass sich niemand an dem Parkplatz an den Fahrzeugen in verdächtiger Weise zu schaffen macht. Also, da will jemand ein Auto klauen quasi. Okay, alles roger in Kambodscha. Wir fahren da jetzt hin. Gut. Ich hab verstanden. Ja, das hat geklappt. Kathi, machen wir die Sirenen an. Wir fahren los. Kurz vor dem Tatort machen wir die Sirene wieder aus. Der Täter könnte ja sonst gewarnt werden und sich aus dem Staub machen. Da steht einer. Oh, da ist einer im Auto. Der bricht es auf. Müssen raus. Jetzt geht's los. Polizei, was machen Sie da? Ja, was mach ich da? Was schaut's aus? Ich mach mein Auto auf. Links ist das Brecheisen weg, dann können wir ganz normal miteinander reden. Was macht Sie jetzt da? Wer hat denn euch geholt? Ich mach mein eigenes Auto auf. Sie legen jetzt das Brecheisen weg. Wieso denn? Ich mach doch nichts. Links ist das Brecheisen weg. Jetzt ist das Brecheisen weg. Macht ihr mir das Auto auf? Für uns sieht es nämlich so aus, als wenn Sie das Auto aufbrechen. Ich hab's gar nicht dazu. Ich hab's gar nicht dazu. Warum macht ihr das jetzt? Bleibt's weg von mir. Fassen Sie mich jetzt ja nicht an. Sie fassen mich nicht an. Jetzt, 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 Auto, jetzt, ey. Ich bin kein Verbrecher, jetzt mein Auto. Das dient unserer eigenen Sicherheit. So, über den Stock. Ich hab nichts. So haben Sie gut gemacht, oder? Sehr gut gemacht, bravo. Und du bist eigentlich kein Bösewicht, sondern was machst du so? Das Gegenteil, ein Polizeibeamter. Ah, du arbeitest auch hier? Ich bin auch Ausbilder, ja. Und würde er jetzt verhaftet werden? Nein, der verhaftet würde ja nicht werden. Kann ich aber trotzdem mal kurz die Handschellen anlegen. Ich würd's so gerne mal ausprobieren. Bitteschön. Okay. Also Hände hinterm Rücken. So. Ich weiß schon so. Dann werde ich sie jetzt abführen. Kommen Sie mit mir auf die Wache. Nein, das war noch ein Spaß. Wo ist denn der Schlüssel? Hab ich Glück gehabt. Du bist ein freier Mann. Aufspinnen ist schon professionell. Ja, oder? Ja. Vielen Dank, Thomas. Kein Problem. Und euch auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, Josef, dass du mir alles gezeigt hast. Bitte. Hat Spaß gemacht. Und jetzt noch die Antwort ... Oh, Jungs, habt ihr einen Einsatz? Na dann, viel Erfolg. Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wer kümmert sich um schwere Verbrechen? A die Bereitschaftspolizei, B die Kriminalpolizei oder C die Schutzpolizei? Na, habt ihr die Lösung vorhin gecheckt? Schaut mal. Neben der Schutzpolizei gibt's auch die Kriminalpolizei. Sie kümmern sich um die Aufklärung von schweren Verbrechen. Richtig ist also Antwort B. Die Kripo löst zum Beispiel Mordfälle. So, Leute, zum Schluss hab ich jetzt noch mal was richtig Cooles. Wartet mal kurz. Na? Sieht gut aus, oder? Haupt-Oberkriminalkommissar Julian meldet sich zum Dienst. Und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Halt, Stopp, Polizei! Achtung, Achtung, hier kommt Checker Julian! Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey. Ziemlich cool, Mann. Der, der's ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Der die Welt bereist und ganz schön motoreist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey. Ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schleppt und auch mal verbrennt. Der, der fast immer lasst und auch immer Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian!